Schönen guten Tag, in der ersten ersten Nachrichten wird uns alle dabei. Die Themen sind hier auf Tetzna am Entfall von Professor Rebecca, Hauptstraße für Messerwerker von Westenberg. Das heißt, dass er zunehmend berücksichtigt ist und achte ihn macht. Live und aktuell die RPA1 Nachrichten. Im Schalder von Westenstuhl, der von Westenstuhl aus Berlin, hat sich die Zeit in den Händenstuhl in der Westenstuhl. Die Person werden derzeit verneuert, ein bisschen Zeit später. Aber der andere macht sehr reingend. Rebecca ist seit 10 Tagen verschont, während sie die Nacht zuvor bei ihrer älteren Schatten verbracht und überhaupt nicht in der Schule erschien. Bundesinnenminister Seehofer hat die Entscheidung verteilt, den Schalisten Ben Amar abzuschieben. Der Tunesier war ein Freund des Berliner Weihnachtsmarktes, der das anlegt. Man habe gemütlich in den Händenstuhl, der nach dem Alltag von 2017 untertauchen würde, sagte Seehofer. Mit denen Sie die Zeit, der bekannten Sie die Zeit für eine Seite, die sie botten, die sich in den Moment anwenden Wettbewerden weiter mit dem Alltag von dahin. Letzisier ist ein Freund, der ZU-Wettberwerden geht.